So, da sind wir wieder mit Force of Nature. Ich habe mal geguckt, was wir für den Tee brauchen. Wir brauchen einen rosmarigen Salvia und... Was war das denn noch? Feilchen, glaube ich. Genau, Wildeats. So, das heißt, wir müssen als nächstes Wildeats anbauen. Ich habe jetzt die beiden erstmal drin. So, wir brauchen von allem einen. Das geht. Das Essen habe ich auch schon rausgeholt. Das heißt, wir brauchen auch noch mehr Erdbeeren. Und wir müssen unsere Schafe füttern für mehr Wolle. Das heißt, da brauchen wir auch wieder Wasser. Und Weizen und alles. So, aber zuerst... ...Glienchen füttern. Wasser holen. Und dann würde ich sagen, gehen wir erstmal noch einen Huhn fangen. Weil wir brauchen schnell viele Eier und wir kriegen ja durch die Kuh doppelt Milch. Und wir versuchen gleich einen Huhn in der Nähe zu kriegen. Ganz schön neblig heute. Wo habe ich den Huhn? Oh, da ist ein Scham. Da müssen wir vielleicht noch ein paar... Ähm... Was? Äh, was würde ich denn sagen? Ach, keine Ahnung. Achso, noch ein paar Pfeilen müssen wir mal bauen. So, Nummer eins. Jetzt dran bleiben. Das ist keine Zeit zu spielen, Jungs. Ich muss das Schafen im Auge ... Ah, das bleibt stehen. Gut. Dann habe ich doch Zeit zum Spielen. So. dann versuchen wir einfach mal schön rangehen und damit ist es unseres voll wie mir und ist da ist noch ein Huhn noch mal wieder ein bisschen Kupfer und Gold gekriegt, das ist auch gut noch ein kleiner Nähe, bevor wir hier an das Huhn rangehen naja, einige Jungs, ich brauche Münzen oh fuck, oh fuck, oh fuck, das sind viel zu viele wir müssen schon mal was essen oh Gott, ich weiß nicht, wo das Huhn hin ist, aber es ist mir auch gerade egal oh Gott jetzt bleibe ich stehen ihr sterbt jetzt auf das das Blut regnet so, dann versuchen wir gleich mal das Huhn zu fangen weg dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben ich kann Zeit zum Spielen ich muss gerade in der Nähe bleiben ich sehe nicht, ah, es ist stehen gewesen wunderbar so, du weg und wir haben es so, ähm Ponomie füttern dann nehmen wir jetzt noch da drüben hin sammeln den ganzen Kack ein unsere Münzen töten hier noch fleißig weiter können noch einen Kaffee trinken sehr gut äh, wo war das denn jetzt da da, wo alles rumliegt die sind echt alle gekommen, ne so es kommt her ach, noch einer schön mal kurz gucken 23 und ja, wir bräuchten noch zwei Kupfer dann können wir uns vier neue Bachen machen ah, stopp Erdbeeren eingesteckt ah, alle bitte danke so, hier das Feld abernten ich nehme jetzt immer alles mit wir brauchen es ja auch alles so, hier alles einsammeln komm doch egal du stirbst lass mich hier durch noch Welt auch mit schön alles einstecken so also können erst ab dem nächsten Level den richtig grünes Dach machen aber wir können, glaube ich das nächste Level nicht vorher machen, oder? Quests oder dürfen wir das vorher machen? ne, wir brauchen das hier vorher oh man, das wird ein Krampf das wird ein richtiger Krampf erst ihn, erst ihn, erst ihn jetzt können wir zu dir kommen ich will eins, Bär ja, mal hier lang ernten kann ich das eigentlich gleichzeitig drücken? funktioniert, ja, das funktioniert auch das ist gut zwar ein bisschen umständlich aber es funktioniert und man tappelt und man tappelt ein bisschen wenn man auch die äh links Taste drückt so abwechselnd abwechselnd funktioniert gut, glaube ich aber nicht schnell ich hoffe es muss jetzt mehr genug hier noch alles auch Bärchen echt jetzt? komm schon das muss jetzt nicht sein du musst hier ernten jetzt haben wir einen Fuchs oder sowas müssen wir mal gucken und da landen wir so irgendwie hallo oh na Jungs bei euren Münzen ich bin hier um euer Milchgeld einzusammeln alles klar so geht's auch mhm 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 witzig immer so gehen würde wir müssen mal einen Kaffee trinken aber Ausdauer nimmt ab wie viele ich hier auf einmal sind was ist denn hier los Invasion hey Jungs so wo müssen wir lang oh da lang ist gut oh daneben na noch reicht unser Leben ich denke damit kommen wir noch bis nach Hause hopp 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 dann haben wir dich auch weg müssen wir äh nö wo ist denn unser Huhn ok da waren wir nicht nur hier auf gewesen sein genau hier an der Kante bist du unser Huhn? du bist unser Huhn hier und komm mit du kannst auch in der Zeit nochmal Wolle machen oh unser Inventar ist sinnvoll oh das Spiel ist doch recht knackig jetzt so da ist zu Hause so wie viel haben wir jetzt? 77 das heißt wir können sogar 5 machen das ist cool so alle reinkommen danke dazu so haben wir denn Pilze dabei hier die Pilze schmecken wir jetzt hier an der Seite das ist mir egal so lass mich durch füttern 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 folg mir äh so so alles wieder einsammeln und dann planten wir einmal komplett das wir brauchen genug Tee so dann packen wir mal wieder ein bisschen was weg wenn wir verplatz haben hier die Hypes hier rein die Klauen Zähne oh die war voll hm gut behalten wir die erstmal noch Fleisch kann hier auch noch rein und dann da haben wir eine Amethyst-Chip bekommen ich glaube von dem Skelett-Typen kann das sein so ähm eigentlich haben wir noch Pilze die aber wegwerfen können hier das benutzen wir jetzt erstmal das liegt uns nur im Weg rum genauso wie die Bananen auch wenn es ordentlich Stamina gibt obwohl wir können dann vielleicht noch ein bisschen Holz holen gehen ähm aber jetzt müssen wir hier erstmal wieder alle füttern ganze gefräßige Haufen dann wieder Wasser holen also Wasser geht hier wirklich schnell alle gut mhm ah Äste wollten wir noch holen verdammt naja noch haben wir ein bisschen Ember dann machen wir jetzt erstmal Leute hier geht doch mal zur Seite dann machen wir jetzt erstmal noch ein bisschen Kupfer so 5 wir könnten dann auch mal anfangen ähm Zäune zu bauen dann haben wir die hier alle irgendwo unter gebracht so erstmal Rosmarin abernten und jetzt pflanzen wir mal was anderes mhm Pfeilchen genau pflanzen wir die hier überall hin so dann bitte alle mal mitkommen dann gibt es nämlich neues Futter dann müssen wir Wasser holen das dürfen wir nicht vergessen ey so hier ist es schon voll gelaufen das ist nicht so cool aber auch nicht so schlimm oh wir haben richtig viele Weeds Seeds packen wir uns erstmal hier an die Seite nochmal den Steak auch noch voll so mhm brauchen wir jetzt noch irgendwas erstmal nicht außer Kohle die müssen wir dann neu machen aber dazu brauchen wir erst wieder Holz müsste so einen Lockruf geben dass man die alle irgendwo lassen kann wir können mal gucken ähm Zäune was braucht man denn dafür Planken das heißt wir brauchen wirklich viel Holz und wir brauchen Nägel dafür das heißt wir werden unser ganzen Kupferkram wieder aufbrauchen wie sieht denn Highfens aus gut können wir uns doch nicht angucken hier nehmt erstmal macht neue Eier ihr macht neue Wolle dann gehen wir kurz Wasser holen hallo so mhm ja wer sagt gehen wir jetzt ein bisschen Holz holen aber alle mitnehmen ist auch doof die Schafe bleiben hier und die Hühner auch wir lassen alles hier oh ich wollte die Eier nicht einstecken Mist warte hier dann nehmen wir die Eier auch gleich warte hier du wartest du kannst auch warten ja gut oh da haben wir auch schon eingesteckt dann können wir auch hier auch die Stichowolle nehmen so dann können wir die gleich zum Verarbeiten bringen was brauchen wir denn noch alles Furlap und Pelz oh jeg würden wir nochmal Rüstung für den Kopf kriegen Furlap, Pelz da brauchen wir überall gut wir wollten uns aber hier noch das machen vielleicht für wärmere Tage obwohl ich glaube wir kommen sowieso erst in so ein kaltes Gebiet dann können wir das mal ein bisschen wegpacken dann machen wir jetzt erstmal Furlap daraus so äh nehmen wir die Kohle schon raus? ne eigentlich nicht Kupfer nehmen Rezepte äh Gold machen zweimal ok gut jetzt sollte uns ja niemand mehr folgen wieso kommst du hier mit? bleib hier lass uns jetzt mit deinen Freunden spielen oh hier brauchen wir noch die Pilze mit hier naja passt und dann gehen wir jetzt noch ein bisschen Holz holen vielleicht finden wir irgendwo noch so ein paar schöne Bäume mhm obwohl nö ich glaube wir werden das Holz im nächsten Part holen ich bedanke mich fürs Zusehen bewerten nicht vergessen und äh tschüss es hat das das w ich